Hallo und herzlich willkommen bei Crystal's Delicious. Heute zaubern wir zusammen wieder ein richtig leckeres und schnelles Rezept. Heute zaubern wir nämlich zusammen einen richtig leckeren und würzigen Brotaufstrich. Der eignet sich natürlich perfekt zur Abendbrotzeit und so habt ihr euer Abendessen nochmal so ein bisschen auf und außerdem kann man das Ganze auch noch als so eine Art Pesto für Nudeln verwenden. Dafür schmeckt es nämlich auch super gut und die Portion ist auch gar nicht so klein. Das bedeutet, wenn ihr jetzt Besuch habt, passt die natürlich perfekt. So habt ihr die quasi zwei, bekommt ihr schöne zwei Gläschen voll. Für wen das Ganze aber für uns zum Beispiel, für zwei Personen, ist es auch viel zu viel. Da fülle ich das Ganze einfach in zwei Käsechen ab, lasst uns eine Portion zum Abendessen und die andere, die friere ich einfach im Gefrierer ein und kann die dann, also wenn wir sie brauchen, einfach auftauen und so habt ihr sie immer wieder frisch da und keinen Stress. Für unseren leckeren Möhretomatenaufstrich benötigen wir einmal eine Zwiebel, dann 30 Gramm Butter, also insgesamt benötigen wir 120 Gramm Butter. Ich habe das hier schon mal in zwei Portionen geteilt, einmal 30, einmal 90. Dann benötigen wir außerdem noch 250 Gramm Möhren, die sind hier bereits geschält und in Stücken geschnitten. Dann benötigen wir noch 120 Gramm Tomatenmack. An Gewürzen benötigen wir noch einen Teelöffel Oregano, einen Teelöffel Thymian, einen Teelöffel Salz, ein bisschen Zucker, da habe ich ungefähr einen Viertel Teelöffel und dann habe ich noch mal so ein bisschen Pfeffer drüber gestreut. Als erstes geben wir nun die Zwiebeln in den Mixtapf rein. Zerkleinern die hier für drei Sekunden auf Stufe 5, nehmen dann den Spatel und schieben alles wie immer nach unten. Jetzt geben wir 30 Gramm Butter hinzu und dann lassen wir das Ganze für eine Minute 30 bei 120 Grad auf Stufe 1 ganz andünsten. An der Stelle geben wir jetzt die Möhren hinzu und lassen die für fünf Sekunden auf Stufe 5 zerkleinern und schieben das dann auch wieder mit dem Spatel nach unten. Und jetzt kommen eigentlich nur noch alle restlichen Zutaten in den Mixtapf und wir lassen das Ganze für sechs Minuten bei 90 Grad auf Stufe 2 köcheln. Und jetzt wird das Ganze einfach nur für zehn Sekunden auf Stufe 10 püriert und dann könnt ihr das Ganze entweder heiß oder kalt servieren. Und einfach wie gesagt direkt in Gläschen füllen und genießen. Das war es auch schon wieder von mir. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Ich verlinke euch das wie immer unten auf meinem Blog. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Bis dann. Tschüss.